hallo zusammen und ja willkommen zur tavernenbeschwörung wie schon angekündigt im ersten tavernenvideo werde ich hier ein bisschen beschwören und ja ein bisschen halt und wir schauen einfach mal was bei rumkommt alberich wäre der dickste fisch für mich persönlich aber ich kann gleich auf die höchste stufe heben und b ich benötige einen wiederbeleber für den sturmangriff krieg auch wenn bei mir mit grün die herren schon steht aber ich glaube ich könnte herren und alberich zusammen aufstellen da hätte glaube ich niemand was dagegen bei uns in allianz weil die beide einfach nur krank sind in dem modus gibt schon einige grüne die mich hier antiesen aber interessant was wir nicht sehen wäre ob mystero vielleicht auch ein kostüm bekommen hat aber ich glaube nicht aber den lucky punch stehen zu bekommen ich finde den also bisher finde ich den ehrlich gesagt nicht immer so stark den lucky punch den haben wir halt nicht so gelb wollen wir eigentlich gar nicht und jetzt machen wir hier noch eine 10er der bruder mal wieder komm schon wir wollen mehr grün das ist nicht der grüne den ich suche es ist nur drei sterne hier heute komm schon es ist sehr viel grün wahrscheinlich werde ich aus aus dummheit nochmal hier drauf drücken oder aus gier nennen wir es einfach mal gier das ist ein grüner aber da fehlt noch ein stern komm schon zumindest kommen jetzt schon mal die viererquote war besser als die beschwerung davor fünfer wäre doch schön vier haben wir glaube ich noch noch drei noch zwei grün haben wir aber immer die falschen okay das war wohl ein reinfall ich bedanke mich fürs zuschauen haut rein bis denn ciao ciao